Hallo zusammen, wir testen heute den Geisterschreck von Kometfeuerwerk. Das ist Klasse 1 ab 12 Jahre. Den bekommt ihr zum Beispiel im Netto, so wie wir, für 5,99 Euro oder bei Röderfeuerwerk. Hier drin sind vier kleine, süße Horrorgeistervulkane. Und da bin ich schon echt gespannt, wie die so abgehen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also liebe Firma Komet, für Klasse 1 ganz schön gut, oder? Ja, wir sind ja ganz schön wunsch, ja. Also wir sind definitiv überrascht, positiv überrascht. Und so müssen wir sagen, jetzt gefallen wir immer. Also absolute Kaufempfehlung. Absolute Kaufempfehlung. Komet, Geisterschreck, Mini-Vulkane unter anderem bei Netto. Komet, GeMer¿? Komet, Geisterschreck, Mini-Vulkane unter anderem bei Netto. Komet, Ge archetype, IT4 ganze. Komet, Ge Superman, Steinby, mit Top Gun, yourselvesρέ! Komet, Geistert. Komet, Geistert. 6, video- roam. Komet, Geistert. Vielen Dank.